Einen guten Tag und herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege, wir spielen gerade die fünfte, ne vierte, fünfte Runde, ich weiß es nicht, in Folge und wir haben noch nicht verloren heute. Es kann nur gut werden, es kann einfach nur gut werden, dann noch unsere Lieblings-Map, ne, was soll es besser mit geben? Kann jemand, kann jemand, Entschuldigung Curry, kann jemand Wand sprengen? Ja, mach ich, mach ich. Weil wenn die nämlich in der Garage sind, Junge, dann haben wir Jackpot of Life. Okay, wir sind aber erst mal jetzt. Wir sind Verteidiger. Verteidiger. Ja, aber gleich PayZ. Ja, dann mach doch mal Sturzender, Patrick. Ja, mach es. Mich willst du Messer, Patrick. Ich mach jetzt. Okay und du, okay nicht. Aber dann lass doch mal Garage, wenn man umlaut. W-W-W-PayZ. Aber das jetzt wirklich als allererstes zusammen die Garagentore, alles safen. Ja, das stimmt. Dann nennt mich auch Petzel Ripper. Was passiert, oh Gott. Was passiert eigentlich, wenn man auf PayZ.de geht, Patrick? Kommt da irgendwann? Boah, ich hatte da letztens ein Virus. Ich auch. Oder man kann einfach auf mein Instagram-Profil gehen, was ihr unter dem Video verlinkt findet. Alter, ist das denn scheiß Ernst? Was man da soll? Findet man Bilder vom Curry, vom Bronzebeard, vom Tobi. Warum machen wir dann auch für irgendwelche Game-Key-Seiten-Werbungen? Ja. www.g2b.de Oder? Glaubst du da das Geld für? Ja. Warum lade ich denn immer als letzter noch? Weil du ein Low bist, Patrick. Hä? Es muss einfach sein, das ist Geduld. So, jetzt alle Garagentore. Jo, ab geht's. Oh, das wir beruhigen jetzt, Leute. Und dann geht's weiter, ey. Ja, also, mal ganz im Ernst, jetzt mal ganz im Ernst. Wer keinen Spaß versteht, ne? Ja, da gibt es leider sehr, sehr viele Leute. Ja, man muss... Aber wir gewinnen doch sowieso. Ja. Wenn du vor Warpuhl da bist, kannst du ja auch zwei nehmen. Geil, ey. Kann ich mal Warpuhl sagen. Sag, was ist denn los? Ey, genau. Mach du noch. Ja, okay. Alter. Wir sind Freunde, Patrick. Ja. Der Granat ist auch getötet. Hier links noch, ne? Aber warte, du hast mich mal mit der EP-Granate getötet, das ist eine Steigerung. Ja, du hast Giftgas beworben. Ja, hör mal. Muss dir auch eine hin. Ne, 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 so ist es okay, so ist es okay. Was macht der denn, Alter? Verhalt den ruhig, äh, Curry. Ja, ja, ich hab den nur aus Versehen gewinnt. Halt sie hier nämlich eine Granate reinwerfen, können wir eigentlich theoretisch hier direkt noch mal einen hinlegen, weißt du? Weißt, was ich mein, Patrick? Äh, Curry? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Westenleude Curry, ne? Alter, liegen hier im Regal zwei Drohnen. Rastet aus, wild. Rastet diese Drohnen, ne? Hier, die kommen, die kommen, die kommen. Wo? Im Skirchen, oder? Garage? Ja. Nochmal, ey. Geil. Verstärkung, wir haben uns beendet. Nein, Gunn. Ah, der Lulde. Hast ihn, hast ihn? Boah, das war krass. Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Bringe C4 an. Wer hat das denn gesagt? Voila. Jo, Tobi. Ey, Mann, das war der Macker mit dem Schild, ey. Super. Hier ist einer noch. Wo? Hier. Oh, ne. Oh, was soll das denn? Bei mir, bei mir. Oh, was soll das denn? Bei mir, Tobi? Wo bist du? Oben? Mhm. Das ist gut. Predicted am Window. Das ist geil, fleißig. Leute, jetzt müsst ihr nicht alle hochkommen, ne? Ja, das ist geil, ne? Was, du sollen alle hochkommen? Ey, wieso gehen die alle hochkommen? Alle killgeil, Leute. Ich glaub hier hinten rum, man berückte ich. Die endet wie so ne Bolognese. Das ist echt so. Curry, ich bin killgeil. Ey, wieso wurde ich die ganze Zeit entdeckt, Curry? Keine Ahnung. Wie kann er mich denn hier in der Ecke sehen? Okay, hier. Hier. Eine Kamera drüber. Eine Kamera drüber. Genau, da. Ja, ja, genau. Holte den. Das ist keiner. Hier ist auch einer. Ja. Dennis, außen, äh, Wartezimmer. Hier ist immer noch safe alles. Jo, alles gut. Links der verbleibende Gegner. Oh, Jux. Da war's. Ist er da? Ich dachte, er hätte sich was bewegt, aber es war nicht so, ne? Something is happening here. Oh, okay, Patek, der ist, äh, im, 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 äh, Dings. In dem Badezimmer oben. Ah, fuck. Ja, genau da. Ja, ich hab den. Tobi, hol den dir. Der ist der Dings, Tobi. Da ist Tobi. Ich bin zerstört. Nichts. Ah, weck. Ah, wir haben ihn zerstört, Jungs, zerstört. Hast du schon einen Kopfschuss bekommen? Boah. Ist doch schön. Die Schrote ist so OP. Schön, dass man das Badezimmer renoviert. Was will man mit anderes, ne? Ja, gerade in so einem Häuserkampf. Aber ohne Witz, ne, ihr müsst euch das, äh, 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 nehm mal bitte jemand, äh, Sprengdings, ja? Und EMP. Äh, ihr müsst, also wenn die Garage haben, dann wär's gut. Äh, ihr müsst euch merken, wenn die, nämlich, das ist ein guter Trick, wenn ihr die Garage nämlich haben, ja, dann, oder wir die Garage haben, dann kommen die natürlich unten. Die rechne niemals damit, dass du oben stehst, dann runter ziehst, weißt du, deswegen konnte ich den, ähm, Blackbeard holen. Ich hab den einfach von oben weggesprayet, aber da hat er nicht geglaubt, dass die eine Ah, ich weiß noch damals, wo wir das kritisiert haben, ne? Ja, wir sind aber jetzt auch so alt. Jetzt ist es okay. Okay. Äh, ich bin im Tal. Äh, Tobi, sag mir wann und wo. Ich schlür mich auch gerne aus. Ich schick den rüber. Boah. Komm doch mal, Alter. Ab geht die Party. Und die Party geht ab. Boah. Hier keine Garage, ich glaub Küche oben. Äh, einfach so? Nein, die sind glaub ich ganz oben, oder? Ganz oben wahrscheinlich. Was? Okay. Das ist ja super nice. Das ist ja der Hammer, Alter. Das ist richtig geil, Mann. Aber geht bitte nicht aufs Baumhaus. Könnte sein, dass wir das auf der Rechnung haben. Ja, ja. Ich geh woanders hin. Mit Mehrwertsteuer oder ohne? Geh wieder auf die Gartenhütte da. Aber geil ist auch, wenn du dich eigentlich von oben so runterseilst. Ja, ja, das geht gut. Das geht gut. Aber dann sieht man sich natürlich eher, ne? Ja. Aber das ist trotzdem ein geiler Spot. Wenn du halt direkt am Haus dran bist. Da hab ich nichts einzuwenden, da und es wird. Ja, ja, Sir. Wollen wir nochmal anfangen. Pass auf, es kann sein, dass ich aus dem Fenster rausballern. Ja, mach ja sowas. Wir haben keinen ACO-G, Mann. Was ist da los? Magazinwechsel! Auch da rein. Ja, haben wir das jetzt gefunden? Was war das? Was war das für Sound? Das ist oben, ja. Ich glaub hier oder so. Alle mit, Tobi? Patrick, ich geh mit dir. Alle mit? Guck mal, Tobi, ich geh mal hier rein. Ein bisschen lang. Alter da. Ah, keine Ahnung. Irgendwo unten rein oder so. Oder hier so. Wisst ihr, wo die sind? Wir haben eine Granate da rein. Ey, die Wand hier ist gesaved. Wir gehen einfach unten rein, ey. Na ja, nicht. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Hast ihn, hast ihn? Alter! Komm, Vorsicht, hier rein, da rein, da rein. Ja, ja, ich lade nach. Bei dir, Tobi? Ja, aber gegenüber den Rauben quasi. Warte. Warte. Warte, ich kann dir die Wand weg springen, wenn das ist vielleicht einfach. Das wäre nice, das wäre nice. Mach mal, mach mal, mach mal. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Dennis, kommst der an da. Ich seh' aber niemanden dort. Ich seh' aber niemanden dort. Rauch, Granate, hört raus! Oh, die haben da Smoke gemacht, Tobi. Nein, das war ich. Ah, die Pisser, ey. Oh, Patrick. Cool, cool. Ja, Leute. Hat doch hier auch ne Taktik hier, ja? Ja, Patrick, geh mal vorder. Ich bin direkt hinter dir. Da ist einer drin, Patrick. Pass auf. Komm auch mal rein. Schreit der denn so, oder? Patrick, komm wieder zu mir. Komm wieder rüber. Ah, Vorsicht, das ist Smoke. Ja, ich muss nachladen erstmal. Wo? War der aus, oder was, Tobi? Ganz rechts in der Ecke. Keine Ahnung. Okay, okay. Patrick, geh mal bitte vor mit. Oh, Alter. Bei mir bleiben. Oh, wo? Von wo? Von wo? Bei der Geisel hinten. Geradeaus durch. Ja, weg da, Patrick. Weg da, weg da. Einer vom Badezimmer aus. Einer muss vom Badezimmer aus. Einer muss vom Badezimmer aus. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Geh ran, geh ran, geh ran. Sorry, kann theoretisch gesehen reingehen. Die sind auf das Schild. Ich hab ihn, komm, ich hab ihn. Oh, was? Der ist gekommen. Hä, wer sagt denn, dass er ihn hat? Nice, nice, nice. Ich hab ihn gedeckt. Ja, ich hab ihn gedeckt. Ja, wow. Der rennt, kann einfach so auf mich zurennen, oder was? Ja, das waren zwei, Kevin. Ja, das waren zwei, ja. Ja, aber den, den du gesaved hast, hast du nachher aus dem Blick gelassen. Nein. Der war in diesem Kleiderschrank. Den hab ich doch abgeschossen. Den wusste ich doch gar nicht. Bleed. Der kam aber doch von hinten. Nee, der war das nicht. Den hab ich, den hab ich abgeschossen, Patrick. Hä? Hey. Mach, lass mal wieder. Haben wir ja Hauptschlafzimmer? Ja, ja. Ja, okay. Ich war auch ein bisschen zu langsam, Curry, muss ich sagen. Der war gerade einmal kurz aus deinem Blickfeld draußen. In der Zeit kam er schon. Ja, genau. Da hätt ich ihn schon töten müssen, weißt du. Aber ich war einfach zu langsam. Egal, wir haben die Runde geholt. Alles gut, Mann. Hey, Curry. Ist doch schön hier. Aber war cool, Patrick, gerade mit deinem. Den links haben wir ja auch gut geholt, weißt du. Der war voll auf dich fokussiert, wie der das sagen würde. Und dann konnte ich ihn von hinten holen, weißt du. Ja, wir können das sagen, bitte hör mal. Soll hat er heißen, Brüning. Oh, Mr. Brüning, Birt. Wollen wir mal. Radial. Ich dachte, das ist ein tapfere Soldatbeamt. Da bin ich doch auch. Hab doch nur gesagt, ich hab extra deine Worte benutzt, Mann. Die waren noch im Bund. Bei ihm zu Ehren. Im Bund. Ja, Dennis war beim Brust. Ja, den ist mal beim Brust. Hey, Zett, stügel deine Zunge, deiner Padawan. Die brauchst du noch für die eine andere. Lassst du meine Zunge aus dem Spiel, ey. Hane, der war Curry, ne? Ja, was denn? Zunge? Ich hab den Schwengel, ey. Den nennt man auch Long Dong Silver. Aus altes Zeit, ne? Oder Echse. Boah. Achuja, was hat das Problem? Was denn? Ja, die Wand da. Hier um den Raum zu verteidigen, Tobi. Verstehst du? Du hast die Treppe-Bronzer, ne? Wo sind die Westen? Ja, theoretisch. Westen haben wir diesmal nicht. Hä? Patrick, du hast keine Westen platziert. Ach fuck, ich hab die Westen vergessen. Alter. Ja was? Einmal im Leben. Link ist es aufgebrochen. Oh, die kommt sofort an. Dann ist es hinter dir, oder? Nein, 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 nein. Leute, ihr müsst doch die Westen mitnehmen. Wo oben, komm mit dir. Wo? Hier, genau hier. Oh, Alter. Pass auf, die snipen durchs Fenster, ne? Ja, ich seh's. Was ist er da? Wer ist da am Fenster? Ich kann ihn leider nicht töten von hier unten. Dann müsst ihr irgendwie machen. Scheiß, Kluschüsse leider. Der bei mir ist auch schon eingeschossen im Badezimmer glaube ich auch, Tobi, oder? Warte. Was denn? Ist alles safe, Mann. Ich hoffe, hier alles unter Kontrolle. Jetzt sind bei mir die Fenster auch geswagged. Aua. Okay, hier ist auf jeden Fall Action. Oh, ich muss hier weg, ey. Okay. Bobby, du hast die Fenster bei dir, ne? Ja. Okay. Geht so, Curry. Hier bei mir sind Schritte. Ja, ich geb dir Deckung. Ich bin bei dir am Fenster. Ja, klar. Nice, Bonze. Nice. Cool, das war sogar der Blackbeard. Aber wo sind die anderen drei alle? Keine Ahnung. Also hier am Fenster war auf jeden Fall gerade diese Edge. Alle zwei gefunden. Zwei gefunden. Den Sniper draußen? Ne, ich glaub nicht. Okay. Bin aber nicht sicher. Genau, die kommen von unten einfach hoch, ne? Hier von der Frost-Treppe hier, Curry. Er wurde Blackbeard hing, meine ich. Er kommt zwei Stück gleich. Ja. Fack, fack, fack. Tobi, der ist angehittet, die Sau. Ja, lass die kommen, lass die kommen. Ah, der ist noch einer, Tobi. Das ist noch einer. Kannst du mich wiederholen, Tobi? Oh, das ist verzeichnet. Sorry. Egal. Äh, der ist in der Küche, Tobi. Oh ja, macht aber zu essen halt. Bronze, ich guck die Kamera schon. Oder bist du tot, Bronze? Nö. Ah, Tobi. Mach ich ein bisschen nach rechts oder so? Du hast noch nicht... Ah, du hast den Block da. Okay, ne, das ist gut, das ist gut. Ich sag mal ab, da, Curry. Halt, die Kameras sind leider... Ah, okay. Äh, hier, äh, Jungs, hier. Brauchst du, der ist direkt unter dir, okay? Okay. Aber der ist weggegangen. Hier, hä? Ist jetzt Terker rüber? Oh, Alter! Oh, Alter! Bei deinem Kinderzimmer? Ah, Patrick, Mann. Ne, 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 der kommt die Treppe hoch bei Sniper. Ja, er kommt hoch. Ich mach hier. Er endet nach oben, er endet nach oben. Er ist in der Falle, Patrick. Geht zum, geht zum Loch, Patrick. Du kannst ihn holen. Der andere Mate kommt gerade und hilft ihm. Jetzt, jetzt, Leute! Jetzt, Patrick, raus, hol ihn dir! Komm hier nicht raus, Leute! Oh, aber hier, Curry, pass auf! Curry, pass auf! Okay, ja, 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 alles gut, alles gut! Boah, fuck! Heilige Scheiße, Mann! Oh, Gott! Gibt's nicht, ey! Warte, ich mach hier die ganze Zeit, ne? Ja, aber Patrick ist auch gleich. Alles gut, Patrick! Warte, kommst du dir? Ja, nice! Bauer! Bleib da, bleib da, bleib da, dann hast du die ganze Zeit nicht holen! Links, gehen nach links! 2, 1, lauf weg! Boah, nice! Alter! Ladies and Ladies! Sehr gut! Sehr gut! Das war komisch gerade. Sehr gut! Hast die Nervenballen, Peson! Hätt sie natürlich eine holen können, aber wenn du da nicht rauskommst. Er konnte da ja nicht raus. Ja. Wenn er da raus, der hätte ja durch die Haupttür gemusst und da war auch die andere Treppe, da war auch gleich einer drauf, ne? Nice, Matchball. Das stimmt, ja. Der wegen war da ein bisschen komisch. Warte, ey. Ey, da sind da richtig flotte Runde gerade. Guck mal, wir sind drin, wir sind heiß wie Pütenpett. Geil, ey! Mach mal den hier, da. Den Glässegel, oder? Oder willst du den? Ja, nimm ruhig. Hast du Glasreiniger dabei, ey? Ja, Meister Popper, immer. Hier an! Und je Peste! Ibo! Oh! Nicht verkehrt, Mann, nicht verkehrt, ey. Okay, wir haben jetzt einen Thatcher, einen Sledge und einen Blackbeard. Bei meinem Arbeitszimmer sind einfach 4000 Grad, ey. Weil ich... So warm war, ey. Das ist echt so, ey. Du hast ja gar nicht einen Spiegler auf dem PC machen, ey. Das ist echt so, okay, ey. Oh, sind denn die schönen Herrschaften, ey? Garage ist frei. Nein, nein, Garage ist nicht frei, Garage ist nicht frei. Garage! Die sind da. Okay, alles klar, Garage. Da willst du was wir gleich zu tun haben? Kabu! Jetzt haben wir natürlich... Wir haben keinen Termite, glaube ich. Ja. Nein. Ihr seid echte Profis, Mann. Gut, dann müssen wir das irgendwie anders regeln, ne? Wir legen das anders. Ja. Ja. Ich hab' ja Glück, dass einer... Okay, ne. Alle Wände geschenkt. Wenn wir durch den Boden schießen und so, oder die Deckhäuser. Dann haben wir ja die Klappe noch über den Kreise. Ja. Ja? Ja. 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 Ja, ich hab' ja... Ja, ich hab' ja nicht entdeckt. Okay, ja, über Garage können wir gar nichts machen, ne? Ne, wir gehen aber hier rein. Direkt, on point. Ist ja alles gesaved, ja, ne? Ja. On point, oder? Ja. Ja. Ja, ich hab' ja noch den ist. Incoming. Und sehen, sehen sie was? Die Garage ist komplett frei. Okay. Einer ist unten, Leute. Ein Erdgeschoss. Okay. Dann kam der nächste mal. Warte mal. Okay, das wollt ihr. Oh, der hat mich. Kacke. Wo war der denn, Tobi? Äh, wenn du runter gehst. Erdgeschoss halt. Ja, genau. Aber da ist wo die Handeln drin. Da muss das Lokomenten. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also hier, ne? Genau, Curry. Wo Curry? Oh, da ist er. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Okay. Achso, okay. Da wird abgeaimt, Curry, ne? Ja. Und erdgeschoss ist immer noch einer, glaub' ich, oder? Hey, Podic, cover mich mal, ja? Ja. Werfe Splittergranate! Ich hab' einen! Ah, fuck! Erdgeschoss, äh, Wohnzimmer, glaub' ich. Da! Alter! Ah, Küche! Oh mein Gott! Aim of the Doom, Alter! Okay. Mach's ja nix. Dem hab' ich dann nicht gerechnet. Ich hab' ja nur dreimal gesagt. Erdgeschoss. Was macht ihr denn da? Adoken! Drei Minuten Curry, alles gut. Hm. Der ist rechts rum Curry, ne? Also, wenn du reingest, rechts. Genau, in der Küche quasi, ne? Kennst du ja. Mach' ihr Nasenbären. Ach! Brauch' ihr? Okay. Hast du sehen? Ja, ja. Der Predicted on-point Allah. Was heißt Predicted eigentlich? Keine Ahnung, Mann. Ich hab' jemanden erahnen, oder? Hm. One-Minute-Reisen. One-Minute-Reisen. Ehm, 45. Ja. Ehm, wenn du los zahlen... Ist der hier drin? Ich hab' einen Moment gedauert, ne? Gerade aus Curry war was, oder? Das Bronz ist Leitspruch. Arbeit macht frei. Boah. Reisen, Reisen. Oh, fuck you. Was? Titt rechts, Mann, in der Tür, ey. Naja, das war die erste Runde jetzt. Ach, Götchen, ey. Ach, nee. Ach, nee. Ich glaub' immer wieder Montagne, Alter. Ja. Montagne? Wusstest du das? Krass. Hat er gehört, wahrscheinlich. Ah, ich glaub' er hat den Predicted, ey. Er hat mich einfach gehört, ne? Predicted on-spot kam der Curry durch Window und hat ihn dann getackelt und geheadet. Weißt du? Ach, ja. Geheadet? Ja. Kennst ja. Headbanging, oder was? Headed full of dreams. Was nehmen wir denn? Esszimmer oder Hauptschlafzimmer? Äh, Arbeitsraum, ja. Ich wär für Esszimmer. Obwohl, nee. Lass mal Arbeitsraum nehmen, oder? Ach, geil. Esszimmer ist wirklich kacke, ey. Echt eklig, wenn man allein im Bett liegt, ey, Leute. Gefällt mir der Flair auch nicht so im Esszimmer, weißt du? Hä? Optisch einfach. Westen, Westen, Westen. Hey, Patrick hat dran gedacht. Geil, Mann. Weil ich einmal vergessen hab. Nein. Einmal. Ist egal. Nein. Hab ich das... Du hast das Schakra durcheinander gebracht. Das Teamfacke, Mann. Ich versterbe die Backe. Gute Idee. Gute Idee, Dennis. Ach, Patrick, Mann. Ach, Tobi. Du sollst nicht mehr alles haben. Mach mal, die Tür kaputt hier. Was ist mit Ernst, Mann? Ernst, August, oder was? Gerne. Hey, was ist das? Alter, das Ding ist größer geworden. Welches Ding? Alter, das ist ein Easter Egg, Mann. Was? Das ist ein Easter Egg, wenn du irgendwie dieses Schiff da, dieses Boot kaputt machst, dieses Piratenschiff hier. Ja. Da wird dieses Ding hier, das da, das wird größer. Echt? Hä? Cool, ey. Ja, was ist das denn? Ich hab auch nie gesehen. Guck mal, den Ballon kannst du auch kaputt schießen. Guck mal, den Ballon kannst du auch kaputt schießen. Einer hat noch keine Weste. Oh, der Te... Guck mal, der Tecki ist kaputt. Nein! Teck! 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 Du hast Tick getötet, Mann. Lol. 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 Wir sind doch Donner Bros. Mach mal einer das Lamellenfenster hier, weil da kommen immer welche. Teck mich, Donner. Ne, ne, was? Fick dich, Donner? Teck mich doch am Boden. Ja, genau. Arsch, du kannst mir gar nix. Ist nur Gottes kack. Mobiler Schild einsatzbereit. Oh, die schießen ja durch die Wand, ne? Achtung. Ja, das war ich. Tu das. Die seien sich ab, oder? Was ist hier los mit dem... Äh, die sind bei uns hier. Mit der Sonne, Alter. Der am Fenster ist tatsächlich an der Bronze. Äh, der kommt jetzt vor dir rein. Den hab ich verarscht, Mann. Oder so reinkommen. Ich hab das Fenster hier voll... ... im Griff. Voll im Griff. Oh, Alter! Oh, sorry, Alter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich hab mich irgendwie grad zu Tode erschrocken. Ja, und hier so. Hä? Wo ist der hin? Der hat sich grad draußen hier abgeseilt. Bei Dennis. Genau, bei dir. Bei mir hier ist noch einer. Achtung. Okay. Patrick, dann deck du mal mit Tobi da. Und Dennis und ich machen hier... Feig dich. Nein! Curry kann ja die Main Lobby ein bisschen decken. Ja, ich hab über den Gang hier. Warte. Da runter gehen. Boah! Okay, ich bin tot. Das war auch so affig von mir. Tut mir leid. Aber ich will es mal ausprobieren. Äh, der ist oben auf dem Dach, äh, Ben bei dir. Okay. Oh man, das ist ja doof. Guck mal, ob ich den markieren kann. Warte mal. Ja, hilft doch nix, dass sie kommen, ne? Die Miss-Sau. Rumsau. Läuft nix hier so rum, Curry. Naja, irgendwo läuft hier rum. Das ist einer hier draußen aufm Dachärger. Der ist hier bei mir. Ja, der ist oben aufm Dach. Und Ruf. Ja, soll da runterkommen, ne? Ruf. Ruf. Ey, wir sind noch ein Team. Ja, mit der Dach, Ben, ne? Er salzt sich ab. Er salzt sich, jo. Jo, oben links. Okay. Ich sehe nix, ey. Du musst das machen, Patrick. Naja, der soll mal reinkommen. Wir erwarten ihn einfach. Ruf sich halt noch, ne? Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Sorry, ist alles klar bei dir. Rücken jetzt kommt. Wo, 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 wo. Erreißt das ich hier bin? Einer bei dir am Gang, Tobi. Wir haben gar nicht viel. Du musst ihn nur einmal anhitten. Links von der Treppe bei dir, genau. Jawoll. Nice. Einer. Einer Truppe Siegreich. Das war ja ungroßartig, oder nicht? Das war ja mit der Hammer. Das war ja mit der Hammer. Da war er jetzt. Das ist das Flop. Ach, der hat sich die ganze Fergen der alte Pisser, ey. Ist doch gar kein Problem hier. Ist doch gar kein Problem hier. Wir haben vorne, Jungs. Ist doch gar kein Problem hier. Ist doch gar kein Problem. Wer steht in der Mitte? Ja, warum immer, ey? Ist keine Sau. So ein richtiger Hadouken, Alter. Hör mal. Aber es sind wieder Leute rausgegangen, ne. Das ist natürlich. Das ist immer das Geil. Aber wir gehen jetzt auch mal raus, weil der Tobi schon wieder pinkeln muss. Oh, Silber. Wer ist denn da Silber, ey? Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Und ich bin Silber 1. Ja, ich auch. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 4. 5. 5. 4.